Abrahams Camp 2018. Wir sind hier in der Wüste in Israel und es ist herrliches Sommerwetter hier. Ein leichter Wind geht und wir fühlen uns sehr wohl hier. Wir freuen uns, dass wir jetzt einige Tage mit der Gruppe hier verbringen dürfen. Eine wunderschöne Oase. Und sie ist noch schöner geworden. Viele neue Dinge erwartet die Gruppe und natürlich Gottes Segen. Wir erwarten so einen reichen Segen und freuen uns auf die Gruppe. Bis bald. Bis bald.